Das ist die Wolljacke Edwin von der Firma Steinbock aus Tirol, Österreich. Sie ist eine echt tolle Wolljacke mit aufgesetzten Taschen als auch Schubtaschen in den Seiten. Wir haben ein Innenfutter in den Ärmeln, im Innenbereich tolle Knöpfe in schiefer Optik, dann kontrastfarbiger Wollkragen als auch Knopfleiste, im Innenbereich zwei Reißverschlusstaschen und ein tolles Steppfutter. Die Jacke ist ein wirklich sehr hochwertiges Produkt. Die Stückenlänge der Jacke beträgt 80 cm, der Größe 52, knapp 66 cm. Die Jacke hat ein Gewicht von 1,5 Kilo.